Also irgendwie sieht das schief aus. Ist das Bild schief? Die Kamera sieht doch schief aus, oder? Ja, moin Sinn. Schön, dass ihr jetzt wieder da eingeschaltet habt. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert, deswegen seht ihr mich heute auch alleine im Video. Ich habe gestern mit Sönke ein Video gedreht, wie wir den Vertikalgrill bauen und die Dateien sind alle weg. Okay, ja. Jetzt habe ich mir gedacht, damit ich nicht allzu frustriert bin, mache ich heute noch ein Video für euch und zeige euch mal, mit was für Messern wir arbeiten. Vorher, wie gesagt, Nörtener müsste uns mal hier sponsoren. Wir sagen immer Nörtener. Prost. Ach, herrlich. So, das Bier darf nicht fehlen, selbst wenn es um Messer geht. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal sowas hier gegönnt. Handgeschmiedete Messer in so einer richtig coolen Lederhülle. Alle Messer passen rein. Man kann die hier so zusammen machen und überall mit hinnehmen. Hier ist noch ein Griff dran. Supergeil. Und wir haben uns angewöhnt, bevor wir die Messer benutzen. So sehen die aus. Ich zeige euch die dann auch gleich nochmal von Nahem. Wir haben uns immer angewöhnt, bevor wir die dann benutzen zum Grillen, dass wir die nochmal fünfmal, fünf, sechsmal, je nachdem wie stumpf sie sind, hier durch so ein Schärfer ziehen. Und dann sind die Dinger auch super scharf. Man kann schön Gemüse mitschneiden, Fleisch mitschneiden. Das hier benutzen wir immer hier zum Zwiebeln schneiden, Knoblauch, Gemüse. Und dann geht es auch schon weiter. Dann ist in diesem Set hier noch das Messer drin. Das benutzen wir ganz gerne, um Fleisch zu schneiden. Alle Messer sind handgeschmiedet und nicht rostfrei. Das muss man dazu sagen. Man muss die einölen. Man muss die wieder einölen, damit die nicht rosten. Aber ich zeige euch die gleich nochmal von ganz Nahem. Ja, warum ich dieses Video mache. Ich hatte ja gerade schon angedeutet, Frosch im Hals habe ich auch. Ja, wir haben gestern angefangen, den Zweiteiler zu drehen für das Vertikal-Grill-Video. Jetzt habe ich heute angefangen zu schneiden. Hatte das Video schon quasi die ersten zwei Minuten fertig. Ja, und auf einmal geht nichts mehr. Und ich denke mir, okay, was ist jetzt los? Alle Dateien weg. Es ist alles weg, als wenn sie nie dagewesen wären. Super frustriert. Habe mich jetzt erstmal unter die Dusche geschwungen und mir gedacht, ich mache jetzt ein Halloween-Video. Also, einfach mal die Messer zeigen, mit denen wir arbeiten. Wie gesagt, so ein Set kostet so 130 bis 200 Euro in dem Dreh. Ihr habt eigentlich für alle Eventualitäten ein Messer dabei. Hier nochmal ein bisschen für Gemüse, was ein bisschen zickig ist. Habt ihr nochmal so eine gebogene Spitze. Aber ich zeige euch die alle gleich nochmal im Detail. Okay, dann zum Schluss noch das Kleine hier. Das ist auch immer ganz nett, um so kleine Sachen zu hacken und zu schneiden. Auch super scharf die Dinger. Ich muss sagen, die kommen nicht ganz so scharf, wie ich es mir vorgestellt habe. Die kommen scharf, aber nicht so geil scharf. Deswegen immer schleifen oder schärfen, bevor du loslegst. Und wenn du fertig bist und irgendwann sind die auf einem Niveau, wo man sagen kann, ihr müsst dann nur noch schärfen, wenn ihr anfangt zu schnibbeln. Und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr ein scharfes Messer habt. Ja, zum Video gestern. Wie gesagt, Frustration ist groß. Ich habe schon mit Sönke telefoniert. War auch am überlegen, ob ich mich heute vor die Kamera setze. Aber ich musste euch einfach erzählen, was passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, zeige ich euch gleich nochmal, mit was für Messern wir arbeiten. Wir haben noch ein, zwei andere Messer und wollen uns noch was zulegen. Wenn es dann soweit ist, ja, jetzt geht das schon wieder los, dass Technikprobleme auftreten. Jetzt passt Ton und Bild und jetzt sind auf einmal die Dateien weg. Also mir fehlen die Worte. Ich hoffe, das klappt jetzt ja und ihr habt jetzt heute am Sonntag gleich nochmal ein Video zum Gucken. Wie es weitergeht, kann ich euch noch gar nicht sagen. Wir müssen jetzt nochmal, also zwei Videos sind noch vorhanden von dem Abend gestern. Da ist aber eigentlich nicht mehr viel Videomaterial über. Und wir müssen dazu jetzt eigentlich nochmal ein ganz neues Intro drehen. Und zeigen euch dann später den Grill einfach, wie wir ihn fertiggestellt haben und wie wir Spieße drauf grillen. Und dann habt ihr leider keinen Zweiteiler, sondern nur eine Folge. Aber das ist, denke ich, für euch völlig in Ordnung. Da seht ihr auf jeden Fall alles, was ihr wissen müsst. Und wenn ihr, ja, wenn ihr den dann nachbauen wollt, da schreiben wir dann alle möglichen Maße dann rein. Und wir haben den, wie gesagt, aus Müll gebaut, aus Resten, die wir rumfliegen hatten. Und haben uns halt gedacht, komm, das zimmern wir mal zusammen. Ja. Wenn ihr Fragen zu diesen Messern habt, das sind No-Name Messer, die sind handgeschmiedet. Das kann man ganz gut erkennen. Erstmal, dass sie rosten, wenn man sie nicht einölt. Und wenn man, die sind halt auch nicht zu 100% gerade. Also ist vielleicht nicht die beste Qualität, aber preis-leistungstechnisch finde ich es in Ordnung, finde ich super. Die haben euch mir mal gegönnt, weil ich einfach Bock auf Barbecue hatte und schöne Messer haben wollte. Jetzt geht es eigentlich weiter im Text. Ich zeige euch die Messer mal, wie sie von nahen aussehen und sage da gleich noch kurz was zu. Aber ich hole euch erstmal ran und zeige euch mal, wie die aussehen. Hier habe ich sie nochmal alle schön aufgereiht. Alles, was dabei ist, super schöne Messer, mit denen wir unser Barbecue machen. Wenn ihr auch solche Messer haben wollt, müsst ihr einfach mal bei Ebay oder bei Amazon gucken. Sind nicht allzu teuer. Und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um euer Fleisch zu schneiden, um euer Gemüse zu schneiden. Die Aufbewahrung, diese Rolle ist aus Leder, ist ganz cool verarbeitet. Auf jeden Fall hat jedes Messer auch noch so einen Druckknopf, mit dem ihr dann das Messer sichern könnt. Hier sind dann die Nähte zu sehen. Ganz simpel aufgebaut, aber super. Zum Mitnehmen. Und für eure nächste Grillparty. Macht doch immer was her, wenn man mal ein selbst geschmiedetes Messer dabei hat. Ich habe euch das ganze Zeug jetzt mal von nahen gezeigt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Messer benutzt. Oder ob ihr euch vielleicht noch welche zulegen wollt. Einen Link kann ich euch hier leider nicht mehr senden, das ist schon viel zu lange her. Die habe ich schon ein paar Jahre. Aber die gibt es auch immer mal wieder auf den bekannten Plattformen, wo ihr eure Sachen kauft. Darf ich euch nur zeigen, was wir benutzen und was wir damit machen. Und was passt besser zu Halloween, als eine Folge über Grillmesser. Also, in dem Sinne, liebe Leuten, sag ich mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber jetzt ist auch wieder Zeit, um abzuschalten. So, bis denne. Tschüssi. Wenigstens ein Ding heute geschafft. Zum Kotzen, ey. Technik, die begeistert. Denk hier mal zusammenknüppeln. Zeigendabfahrt. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020